Den zweiten Platz belegt Kutter Z96, die Set und Sie ist mit Steuermann Cesar Parschen. Cesar ist schon wieder draußen und übt noch. Und Gewinner der Marathon-Regatta K2, die Matthias mit Steuermann Bernd Helms. Vielen Dank. Willkommen zur Jugend. Jede Botschklasse braucht eine starke und ordentliche Jugendabteilung. Jugend ist ja bei euch auch so ein Begriff. Hier zählt die Jugend bis zum vollendeten 26. Lebensjahr heute. Das ist Jugend. Ich weiß nicht, ich bin auch noch Jugend. Also, drei Mannschaften haben dieses Kriterium erfüllt. Den dritten Platz und wir bitten alle drei Steuerleute im Dreierpack nach vorne. Den dritten Platz belegte Z109, Black Deville mit Toni Gira. Zweiter wurde das Ös-Fass K340 mit Michael. Ja, jetzt geht's los. Cisco, ja, M-Mann möge mir das verzeihen. Und Sieger Gummibär auf K150, den Namen kenne ich, Christian Wandel. Bravo! Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann etwa von gestern Morgen um 9 bis heute 15 Uhr auf dem Wasser waren. Platz 42 und wir bitten jetzt immer den Steuermann nach vorne von Z61, Albatross Andreas Reißhauer. Platz 41 von der Alzheimer Heike Friedrich. Platz 40, Z41 von der Condor Peter Büttner. Platz 39, K110, die Zuharin. Platz 38, K158, Nummer 7 mit Ralf Bochor. Platz 37, Z32, Alter Dessauer, Hans-Jürgen Schulze. Platz 36 auf K36, das trifft sich gut. Platz 35, K21, die Bolle mit Karl-Ulrich Warnschab. Platz 34, die Z197, die Phoenix mit Christian Kotthoff. Der 33. mit K99. Also alles irgendwelche Zahlendreher. Da haben auch die Sparkasse und die Sparda-Bank an unserer Seite. Platz 35, Thomas Röhr. Platz 32, Z109, die Black Deville mit Toni Gierer. Platz 31, TK 380, Kuddel mit Jörg Wotschig. Platz 30, Platz 30, die 152-Oktopusie. Mit Matthias Edshold. Platz davor, auch Platz 29, das Oelsfass mit Michael. Das hatte ich schon mal, ich kann es immer noch nicht. ?. vielleicht war ich mal selber ich kann das nicht aussprechen das habe ich mir nicht getraut platz 28 z 148 die meerkatze mit kieschnick bernd den 27 platz die schnuppe mit andreas britting 26 geworden die preuße mit joachim engbergs 25 die eumel andreas schmidt 24 die taille fuhr mit nico von gol 23 die k 22 tax mit jörg heinert